Können wir noch einen Kredit aufnehmen? Ne, scheiße. Wieso haben wir denn jetzt Wasserproblem? Kann mir das mal einer sagen. Hier wahrscheinlich zu wenig produziert wird, wa? Also die Vermutung. Können wir zwar nicht vorstellen, aber... Ne, die ist ja hier schon fast am Arsch, wa? Jungs, macht mir jetzt hier keine Scheiße. Muss ich jetzt nicht verstehen. Ne, das ist doch ein totaler Quatsch, Alter. Wieso ist denn das jetzt so? Das ist ein Bug. Kann ich hier eine 100.000 Wasserpuppen hier hinstellen. Das ist doch Blödsinn. Ach. Ist ja auch wie mit dem Strom. War da ja auch am Anfang rumgesponnen. Langsame Feuerwehr. Ja, ist voll ausgebaut. Bildung. Wasserknabweite. Ja, ja. Was ist hier? Mehr Müllwagen. Moment. Moment. Das passt. Minus 33,2. Aber alle haben Wasser. Höh. Drei Tote pro Tag. Ei. Ist ja nicht so gut, wa? Wie viel brauchen wir denn da? 30.000 brauchen wir jetzt für die nächste Abteilung. Naja. Ein bisschen dauern. Jetzt brauche ich erstmal ein Klärwerk. Ach Quatsch, Klärwerk. Pumpstationen bauen wir mal. Minus machen wir auch. Naja, bei den ganzen Wasserpumpen, was kosten die am Tag? In einer Stunde 100. Na, klasse. Drohne und Finanzprobleme. Ja. Ich überlege gerade. Verkaufen die hier nichts mehr? Beschlossen. Wir brauchen was? Alter. Jetzt hat ein Problem. Jetzt hat ein richtiges Problem. Weil. Ich weiß auch, warum die jetzt mehr Wasser brauchen. Wegen dem scheiß Atomkraftwerk. Jetzt fett mir das wieder ein. Okay. Wir müssen jetzt alle in Wasserpumpen investieren. Diese Stadt ist pleite. Hier sind ihre Optionen. Starten wir in eine neue Stadt. Nehmen Sie sich ein Kredit. Ja. Kann ich den Kalinga nicht nehmen. Ist ein Problem, ne? Ich kann. Alter, kann ich jetzt nicht weiterspielen? Legen Sie ein Gebäude still. Ja, welches denn? Äh. Öh, ja. Ein Park. Ne, ist auch kacke. Also wir legen erst mal der Tür still. Zack. So, kann ich jetzt weitermachen? Ne. Äh. Der Vier kann ich nicht still liegen. Wasser kann ich auf keinen Fall still liegen. Äh. Erzbergkohle. Oh, war ja. Wie krass. Ich muss, ich muss so einen komischen Park. Park, Park, Park. Wo ist der Park? So. Alter Schwede. Der ist hier auch mal schnell Ende, wa? Da hätte er mich jetzt glatt nicht weitergelassen, der Hund. Muss meine Einnahmequellenmusik schon wieder aktivieren. Sonst haben wir ein Problem. Ist ja heftig. Ja, Atomkraftwerke, da hatte ich mich, hatte ich nicht bedacht, dass das ja so viel Wasser frisst. Steht aber auch nirgends woher. So, jetzt kommt wieder Yel drin. Na ja, die nicht. Ei, 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 ei. Kommt man hier auch mal ruckzuck. In Schwierigkeiten. So, Wasser, Wasser, Wasser. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal die Wassertürme bauen. Ähm, einfach aus dem Grunde. Dass ich mir ja im Prinzip jetzt die Pumpstation nicht leisten kann. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal Überschuss. Ähm, ich kann mir ja die Pumpstation nicht leisten. Weil die kostet ja über 40.000. Und von daher hab ich mir ja erstmal ne Batterie an Dingern hingestellt. Aber da ist natürlich da können wir jetzt eigentlich halt wieder aufmachen. Was hat man noch geschlossen? Das war es eigentlich, ja. Ja. Ähm. Wollte ich jetzt sagen, jetzt hab ich den Faden verloren, ist egal. Ja, fuck das. Wir brauchen jetzt erstmal die Kohle für die Pumpstation, damit wir hier die ganzen Wassertürme abreißen. Achso, ja genau. Den Park hatte ich hier noch stillgelegt. So. Das machen wir zwar miese, aber unsere Versorgung durch unser Erz ist ja vorhanden. Aber wie man da einen täglichen Gewinn von 60.000 haben kann, ist mir irgendwie noch ein bisschen schleierhaft. Na gut. Ja, jetzt spar ich erstmal auf die Poolstation, das ist mir echt so blöd. Was? Keime? Was für Keime? Alter. Genau in dem Gebäude ist ein Keime. Rundrum nix. Witzig. Ja, witzig. Ich überlege gerade, wenn ich die Pumpstation hier oben hinbaue, ob die denn sauer werden. Schwer zu sagen. Hm. Auf jeden Fall mal miese. Das ist ziemlich uncool. Parks ist das teuerste, das wir haben. Krass. Danach kommt gleich Bildung. Ja, ja. Apropos Bildung. Läuft. So, eine Machinne. 46.000. Ich glaube, das reicht. Oh. Ach, die müssen wir auch noch auf... Die müssen wir natürlich auch noch auf Wasser bauen. Blöd. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich die da direkt hinbaue. Keine Ahnung. Hier möchte ich gesagt, ich gehe unten hier hinbauen, weil Wasser... Weil da so viel Bodenverschmutzung ist. Keine Ahnung. Aber ich werde sie da hinbauen müssen. Das geht ja nicht anders. So, was her? So, wenn wir erst mal die hier abreißen. Und hier. Ich denke, die gleich Meere abreißen, sag mal. Ne. Oder? Alter, wir hoffen zu spinnen. Ihr habt ja noch Wasser. Alter, warum haben die... Boah, Hass. Hass. Wieso? 108. Warte mal. Stopp. Moment mal. Da ist die tausend. Da muss man warten. Kredit haben wir ja kein... Äh. Und gucken, ob wir das überleben. Wie viel beförderten die eigentlich die... Genau, 80. Das würde ja passen. Das würde ja passen. Ich bin noch mal... Das würde ja nicht... Oh, das ist... Also, ich bin noch mal. Ich bin noch mal, das bergut öfters.